Am Sonntag, den 31. März um 17 Uhr im Saal des Friedrich-Wolf-Theaters findet das Finale der 27. Tanzwoche statt. Erleben Sie Auszüge aus den fantastischen Programmen der Eröffnungsveranstaltung und der Tanzart. Das gemeinsame Projekt Pandoras Box, getanzt von 26 Tänzerinnen und Tänzern der Eisenhüttenstädter Tanzvereine, choreografiert von Jeff und Afina vom Team Recycled, wird noch einmal zur Aufführung gebracht.